Ja hallo und herzlichst willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Halo Combat Evolved Anniversary So, wir haben jetzt jetzt mal genau hier aufgehört, ich muss die Vielzahl ein bisschen mehr nachstellen Weil, ähm, nicht die Kontrollpunkte, sondern immer nur die Anfangs- also die, der Anfang dieses Levels, so gesagt, abgespeichert werden So, jetzt fahr ich einfach runter Ey, hast du mehr keinen Arschloch oder was? Kannst eh nix So, ähm, so, 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 so Ja, ich bin nicht der beste Fahrer, ich glaub, sobald der Tefo mal wieder mitspielt Ja, ist klar, dass jemand hier gebaut hat, wenn's nicht natürlich ist Das ist immer du Super Arschloch, da rein Tritt auf! Ich brauch mal keinen Scheiß So Ich hoffe, dass ich hier richtig bin Na-di-na-di-na-di Wo geht das denn hier lang? Was ist da? Ach, ein Terminal Ja, die Terminals nehmen wir ja nicht mit, weil Ja, ist mir ein bisschen zu doof, halt Seh ich nicht Wo muss ich denn jetzt, ne? Vielleicht Da Wo Oh, 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 oh Ja Haben wir hier natürlich schon eine Racing-Einlage noch Ah, die Stelle, die kenn ich Da drüben Aber du kannst dich jetzt mal Hinsetzen Und ein bisschen schießen Oh Alter, Alter, mir noch ein bisschen in den Rücken freist, finde ich relativ positiv Da oben, da wartet schon einer auf mich Ich 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 Arsch Ich hatte mir voll viel, ich hatte mir voll viel Leben gezogen, nur dieser eine Scheißkerl Ist hier oben noch einer? Ne, ne? Gut Und da hinten ist der Anschalter Der Anschalter, wie sich das anhört Weil ich tippe auf ein Hologramm, das ist ja auch wieder total normal Cool Das sieht echt geil aus Richtig geil sieht das aus Was dann eigentlich bei mir ein Zimmer auch haben Anstatt so einem Boden Und da drunter so endlos Boden, so wie hier, sieht auch so endlos aus So das bei mir auch sein Wäre ein geiles Kinderzimmer Ha, ein Kinderzimmer hört sich immer so scheiße an, wie so ein kleines Troll Alter, wie fail Das ist nicht Es soll von Weitem aussehen, als ob das hier so Hoch geht und so, dabei ist das alles Eine flache Grafik, wie nice Ha, ha, ha Hallo Nehmt der noch? Wie sehr der mich, wie der eigentlich auch andauernd auf mich zielt, ne? Dann hat eben der eine auch so direkt mal Schön auf mich gezielt Finde ich ja auch echt geil Ah Remse haben wir auch So cool Aber Remse geht auch so Aha So kann ich also auch Aha Aha Okay Okay, okay Mal irgendwo ist die Steuerung getestet Nee, ich wusste nicht, dass es mit den Fighters dann auch geht Viel mehr Crewmitglieder als erwartet sind aus der Ordnung herausgekommen Der Käpt'n hat ihn wirklich die Hölle heiß gemacht Wenn wir Käpt'n Keyes und die anderen Überlebenden finden, können wir einen effektiven Widerstand organisieren So gucken am hinter uns auch noch was ist Deswegen hab ich mich mal vor die selbe 360 Grad drin gemacht hier So So Wie fährt das denn mal? Weil immer wenn so'n Kontrollpunkt hörst, dann Dann bleibt der kurz immer hängen Oh Widervereinigungstür So da unten Fahr ich jetzt mal nicht lang Da unten ist tot Also Auf jeden Fall so Schluch und so Es ist echt scheiße, wenn man da runter fällt Juhu! So So Bist du nicht doof oder was? Warte Juhu! 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 Dürfen? Hier ist alles voller Waffen und Ausrüstung Aber wo sind die Leichen? Hä? Ah! Also, ne? Hm, das tut mir jetzt echt leid, aber ne? Das muss jetzt sein Kann ich hier nicht rein? Warte, wenn ich's so mach Ne, hier darf ich nicht rein Okay Ja, find ich ja geil So'n schönes So'n schönes Kleine Sniper Ist Geil Einfach ist geil Wer etwas gegen den Sniper hat Der hat kein Hirn So einfach ist das Vielleicht haben sie darin Schutz gesucht Sehen wir mal nach Was sind das hier für Bauten alles? Guter Schuss Guter Schuss Hat halt die Schnauze Das macht vielleicht mal nen guten Schuss auf dich Wohin ne, das wär irgendwie sinnlos, weil ich brauch den ja Obwohl er irgendwie voll schlecht ist, aber Ich brauch ihn Erstmal alles und ich kann nicht leben Ah Alter, halt die Schnauze dahinten I have to concentrate Hey, ja Ich bin auch voll der Ende, ich bin hier Voll wie laut, die Sniper ist, eh, die ist ja voll unauffällig Merkt man überhaupt nicht Aha, da ist das Werk Oder wir wollen irgendwie voll dumm eigentlich, ähm So ne Sniper für nen kleinen Grunt zu verwenden So, entdeck, entdeck, entdeck nicht Mhm, ups Oho Oh man Hey, hier drüben Ich fahr mal Ich weiss doch Ja, der ist tot, ok So Ich brenne noch einen Wauw Wauw Ach da irgendjemand auch noch welche Ja der hat grad grad Der rennen sich Sag mal was in was ich mir gesagt Geben die denn? Also ehrlich Für Heute bei uns gibt's keine Witzen von Scheiße Scheiße ich bin gleich tot Ich bin gleich tot So das war's ich bin tot Tolle Scheiße Ich hätte nämlich hier wiederum schneiden Nein Schön groß auch Am Ziel bleiben Was schon Mich hat erwischt Mir entkommst du nicht Lass das Das war alles versorgt Du Arschloch Ich brauch dich nicht Braucht niemanden Niemanden brauche ich Hast du gehört? Niemanden brauche ich So So Ja ich merke grad ich rede relativ wenig Ist ein bisschen doof Aber Ja was soll ich denn jetzt sagen Ähm Ich könnte ja sagen wie das Wetter grade ist Also ich kann nicht sagen das ist erst positiv gut Aber Es geht eigentlich das Wetter super Und so kann man mit leben Das ist nicht gut auch nicht schlecht aber ist in Ordnung Ja Tief bin ich gesunken Ich will dir was retten Alter Ja Leck mich Fick dich doch Fick dich Fick dich Fick dich Fick mich Alter So Hä So Die Eliten haben mich schon mal weg Dann kann ich mein Schild wieder aufladen Mal gucken mal ob hier irgendwelche Lebenden sind Wetter wenn die Gefangenen sind Hallo Stirb Ein kleines Häusli Nein Schild wiederада undet Noch andere Leben das auch hier stirb stirb Töne ich hätte nichts tun ich bin ein Fahre mach schon sieht ziemlich tot aus woher geht's hier denn ich glaub hier war ich noch nie wuh cool wo sind wir hier bin ich hier richtig hä hä ne ganz ehrlich hä wo bin ich hier ok da hinten sind auch noch ein paar also ich freu ich ich find Halo ja obergeil ne aber ich find hier Halo 1 es hat sehr viel hier von oh wie heißt das wo er immer ähm so viele Wellen kommen hier ähm gibt's seit Hellen Leech glaube ich aber erst eigentlich und ungefähr wieso schieß ich ähm ungefähr so kommt mir das hier vor andauernd kommen hier neue Wellen von Gegnern auch vorhin gerade am Anfang du hast immer immer eine Welle von Gegnern gehabt das ist ich find das ist in den Story Modus relativ langweilig ich find da ist es besser wenn die Gegner da sind wupp vor du kommst dann bringst du sie um und dann gehst du weiter und dann sind wieder Gegner aber nicht dass du bleibst da und es kommen die ganze Zeit andauernd neue Gegner das find ich echt extrem ebenso lahm und hier sind wir auch ähm ähm ja was soll ich denn jetzt hier hallo ähm muss ich machen hallo ach ich muss hier du 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 warum haben sie das getan ja ich hab Spaß dann hier zu ermorden wenn die ehre wenn ihr ehren orientieren wir nicht helfen dann und auch die Sgt Johnson mein ich heißt er ich habe mich auch umgebracht und ähm der der verschwindet er ist nicht dadurch im ersten Tag und ach im zweiten und dritten Teil Der ist aber im dritten Teil gestorben, eigentlich. Alter! Arschloch. Granate! Hier kommt Nachschub. Wolltest du mich umbringen, du kleines Arschloch, ne? Weißt du das? Tja. Hat wohl nicht so ganz geklappt, ne? Ich meinte die da, mich abzuschießen. Ich hab euch nur ihre Kollegen umgebracht. Autsch. Nein! Nein! Ich falle! So, ich bin tot! Wie lange nehm ich jetzt schon auf? Ja, ungefähr 15 Minuten, bisschen mehr Das ist ja in Ordnung So mal ich mich so hat oder sie mich leben wo ich das so wichtig weil ohne euch kann ich nicht ihr seid so wichtig für mich eigentlich gar e ich raste da und runter So, da hinten, der Vorhämmer, der haut jetzt mal ab. So, und dann geht es hier irgendwo lang, genau. Habe ich ja vorhin schon gesehen. Und fliegen! Flieg's doch endlich, du! Da unten sind auch ein paar. Ja, die sind zu doof, um... Ruhig halten! Sperrfeuer! Machen wir das Auto? Ich bin gleich da! Du hast doch echt Zeit. Mach die erstmal kaputt. Na, dann können wir weitersehen. Ihh, Grafik enden. Alter. Das Wasser damals sei ja richtig toll aus. Ich muss sagen, heute sieht das Wasser irgendwie ein bisschen besser aus. Und ich kann den Wasserfall nicht hochfahren. Bin ich relativ traurig. Ich muss mal gucken, ob... Ey, scheiße, wie komm ich hier wieder? Wo? So, steig ein! Geil! Los! Nicht wirklich, ne? So. Boah, ich seh grad, ey, ich hab dir in dieser Aufnahme so wenig gelabert. Und ich muss dringend mal enden. Wir müssen die anderen beiden Rettungskapseln finden. Schön dranbleiben! Okay, wenn ich zufüllen... Ich fahr mal hier einfach mal durchs Wasser, lalalalalala, bis zum Plancky, Plancky. Ich glaub, da geht's runter, da geht's ab. Was zum... Noch mehr hier drüben! Gebt mir Feuerschutz! Ne, da geht's runter. Wo? Wo? Wo muss ich denn jetzt hin? Sag mal. Los, sag mal. Wo soll ich hin? Und... Und hier mir vorhin toll. Hau rein! Hey! So. Guck mal, so langsam macht er mal ne Aufnahmepause. Du musst nur gucken jetzt, wo ich hier irgendeinen Anhaltspunkt sehe, wo ich dann das nächste Mal den Spielschirm wieder nachstellen kann. Lieb ich ja so. Sauber! Hey, wo muss ich hin, verdammte Scheiße! Ich kann ja nicht mal hier durch die Wand fahren. Gibt sich irgendwo ne Karte? Ach ja, ne, ist jetzt einfach nur noch so. Ne, ich hab nicht irgendwo ne Map wie bei COD oder so. Hm. Was ist jetzt da hinten jetzt lang? Oh, ich bin so blind. Ich steh die ganze Zeit davor und seh's nicht. So, wie lang ist jetzt schon? Oh, okay. Ja, also, ähm. Ich würd sagen, ich verabschiede mich dann mal von euch. Und da unten an der Rettungskapsel. Ja, und dann beende ich jetzt mal diese schöne weitere Folge. Let's Play Call... Call of Duty wollte ich schon sagen. Oh, ich bin so doof. Let's Play Halo Combat Evolved Anniversary. Das war's und, ja, bis zur nächsten Folge. Ja, bis zur nächsten Folge. Ja, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank.